Ich check's nicht. Wer willst du sein? Ich bin Ars, du bist die Frau. Nein, ich will der Mann sein. Nee, du bist die Frau. Gut, mein Spiel ist abgestürzt. Ein anderes Spieler hat die Sitzung fertig. Dumme, ich drehe hier durch. Warum ist das immer so ne Katastrophe, wenn wir was spielen? Ja, normal bin's immer ich, aber jetzt wirst du dumme. Digga, ich kann nix dafür, ich bin einfach rausgeflogen. Was geht meine Body People und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Wundert euch nicht, warum ich so verschlafen ausschau, ich bin grad wundern. Auf jeden Fall haben wir heute It Takes Zu gemeinsam mit dem Sebi gezockt. Brutal ein witziges Game. Wenn ihr Bock auf den Teil 2 habt, sprengt mal den Like-Warten bei 100 Likes, 17 Bar 2. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, ab geht's. Man, lass mich jetzt mal die Frau sein, vielleicht muss das einfach so sein. Ja, genau, vielleicht musst du einfach die Frau sein. Wollt mich verarschen? Das ist Splitscreen! Wart mal kurz. Hey, du hast pausiert, dumme! Ja, warte mal kurz! Hier, Sebi, komm her! Mach das schnell! Ja, ich mach auch. Nice, okay, wir haben's. Komm, hol sie dir. Kann ich mal stehen bleiben? Ja, ja. Okay, geh rein. Ich geh da rein, dumme. Ähm, wo, wo, wo ist das jetzt hier? Wo ist jetzt die Lampe, dumme? Ich weiß nicht. Was, da kann man sich festhalten? Wie bist du denn da rauf? Kann ich die Lampe jetzt mal ruhig halten, ey, dumme. Sebi, warte auf mich, ich seh sonst nix mehr. Ja, toll, du bist rauf gegangen, ey. Er ist einfach gestorben. So, ich bin drüben. Doppelsprung, flitzen. Ah, wir müssen Doppelsprung und flitzen. Ah, okay, nice. Aber Hauptsache, mich auslacht. Wie macht man das? Ja, ich roll jetzt hier das Ding rüber. Wie hast du denn das gemacht? Ja, Doppelsprung und dann flitzen. Muss ich das Flitzen gedrückt halten, davor schon? Nein, einfach Doppelsprung und jetzt flitzen. Ach, Domme. So. Ja, er fällt runter. Springen, flitzen ist... Ach so, Sebi. Ich hab die ganze Zeit Ducco gedrückt. Nice. Kannst du bitte mal auf mich warten? Ich weiß eh nicht, wo's hingeht. Ach, hier geht's dann. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier? Hier, komm hier rein. Das müssen wir reindrücken. Oh mein Gott, da gibt mir deinen Zug. Jetzt geht's aber los hier. Ja, ich mach das allein. Kein Ding. Was geht denn jetzt auf einmal ab, ey? Wow. Okay. Hier ist die Lampe. Oh, ich hab's wieder geholt. Du hast wieder nichts gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ich bin doch hier. Wo müssen wir jetzt hin? Es ist doch nicht hier, um Salto's zu machen. Es ist doch nicht hier, um Salto's zu machen. Domme, du wirst dich nur beschweren. Vorher tanzen wir eine Runde. Cha, cha, cha. Oha! Ich schmeiß... Mach... Hier, ich... 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 Geh rein, ich schmeiß dich rüber. Ah, du machst mich hoch. Ja, okay, passt. Ja, dann mach den Schlauch aber wenigstens dahin, wo's... Ja, genau, schieß mich irgendwo in die Pampa, Mann. Das ist schon wieder so klar, Alter. Du bist nur am Trollen, Mann. Somme, du schlauchist mich hier irgendwie durch die... Ja, schieß! Du rufst mich auf das grüne Ding da... Ja, da... Nein! Ja, jetzt geh rein! Ja, so. Jetzt mach ich hier... Dankeschön, ey. So, mach dich jetzt hier. Kommst du hoch? Du musst jetzt hier rein. Geh du... Geh du auch hinten in den Schlauch rein, Domme. Ich muss doch hier rauf! Nein, du musst hier hoch... Ja, okay. Scheiße. Okay, alles gut. Wir saugen uns hier rein. Wo müssen wir jetzt hin? Achso, hier. Ja, eben. Ich wieder, Mann. Oh shit, ich hab Jump-Attack gemacht. So. Ähm, was ist hier? Was... Ey! Sibi! Ja. Was ist denn hier jetzt? Ja, komm. Ja, ich bin doch schon da. Ja. Im Full-Skill seht ihr beide Leute, ne? Warte, ich mach das noch kleiner. Dann zieht man es besser. Sag mal. Ja? Hast du gerade wieder Blödsinn gemacht? Nee! Sag mal, du musst mich hier wieder hoch machen. Diesmal mach ich dich hoch. Ja, natürlich. Puh! Komm, bring in den Stein! Mann, er steuert das wieder! Wie ist so ein Intensivs-Rentner? Kannst du das nicht? Das geht erstmal nicht! Wo? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Oh, wie mach ich das jetzt hier? Hammerlich? Was? Hast du da was rausgemacht? Da geht's rein. Da kann man rein saugen, Domme. Da kann man rein saugen. Du musst aber auch zum roten Knopf hier, Domme. Was machst du da drüben? Ich weiß es doch nicht! Er saugt mich irgendwo hin! Domme, ich bin immer noch am Schlauch hier. Ja! Bist du allein oder soll ich kommen? Ich bin gestorben. Wo bist du, Domme? Weiß ich nicht. Okay, du gehst durch, Domme. Er spielt Drake. Es war so klar. Es war so klar, Alter. Ich geh rein. Er hat mich einfach gehobst, Alter. Können wir nicht beide durchgehen? Ja, ich bin durch. Ja, wie komm ich jetzt durch? Tja, wir bin belastend. Hol mich mal jetzt hier rüber. Schwing deinen Arsch mal rauf auf den Staubsauger. Okay, hier geht der Strom durch. Ah, da muss ich hier so verbinden. Ja, du bist jetzt Herkules oder was? Ja, wie kommst du jetzt durch? Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Machen wir was mit dem Staubsauger. Ja, warte kurz. Ich kann hier nix. Halt den mal. Ich kann hier ne Röhre. Achso, ne. Hier sind wir. Ne, ich kann hier nix. Ich kann hier nix. Sind wir im Staubsauger drinnen oder wie? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich bin gestorben. Ja, komm durch. Ich hab aufgemacht. Ja, ich komm jetzt. Aber da drin ist nix. Ja, ich komm jetzt. Aber da drin ist nix. Das ist unkontrollierbar, Alter. Ja, jetzt unkontrollierbar, Alter. Mach das mal. Ich opfer mich hier mal. Schalt den Strom mal ein. Jetzt mach ich. Jetzt mach ich hier. Du musst weiter. Du musst weiter, Domme. Da drüben musst du. Ich bin zu langsam. Okay, wir machen nochmal. Hey, ich bin hier gestromt. Ach, wirklich? Ja, der läuft nicht. Ja, lauf! Oh, das war aber richtig knack. Oh, ihr seht ein dicker Schlauch. Domme, wir sind super gut, Mann. Wo bin ich jetzt lang, Alter? Ähm, Sevi? Ja? Ja? Mensch, Pi ist abgestürzt. Nee, wirklich? Ja. Oh, Mann, Alter. Sevi, ist das ein Schrott-Spiel. Okay, wo muss ich jetzt... Wo muss ich jetzt hier auf die Seite springen, Domme? Entspannt euch jetzt. Weiß ich doch nicht, wo... Schau mal, wo ich bin. Ich wär hier gesaugt. Warum schreit ich so? Ach so. Ach so! Okay, okay, okay. Ja, das ist doch klar, oder? Hier, so. Zack, 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 zack. Ich bin im Labyrinth. Heißt das, dass du schlechter bist, wenn du hinter mir bist? Wo muss ich denn, Sevi? Ja, hab ich ja. Da rein in die Futterluke hier. Ja, genau. Ach so, hier in das, in das, in das komische Loch da. Ja. Mit der roten Öffnung. Okay, jetzt gehen wir hier drüber, über die, über die Schiffschrauben. Was, geht jetzt weiter? Wetten, Domme fällt runter. Wetten. Ja, da fällt er schon runter. Guten Morgen, Domme. Hehehehe. Hehehehe. Zibi läuft mir hier davon, ey. Bis er mich wieder brauchen will. Wenn er... Domme, du mal schneller hier. Domme, ich brauch dich. Beeil dich mal. Hehehe. Ich bin doch schon da. Was muss ich hier machen? Hier rauf, oder was? Ja. Hast du gemerkt? Ja, jetzt folgt mir natürlich wieder nach. Ah ja, komm. Jetzt kann man doch nicht drauf. Man, die Kamera dreht sich jedes Mal, wenn... Ja klar, du musst drehen und ich muss rauf. Da rutsch ich ab. Oh, du kannst das einfach nicht, Zibi. Ja, wie komm ich da jetzt rüber? Ja, du bist mir egal. Ich muss jetzt immer weiter machen. Was müssen wir hier machen? Alter, es ist so kompliziert hier, Mann. Was müssen wir hier machen, Zibi? Ich muss den Schalter umlegen. Okay. Na, ich muss... Während du... Okay, hüpf. Weiter. Mann. Komm jetzt. Reiß zusammen, Domme. Ich hab das gemacht, Domme, oder? Ja. Ja, hier. oder so. Lol, ich hab mich hier durchgecheatet. Nein, das ist eine Glaswanne. Ja, komm. Ach, wo? Ja, auf die Dings. Ja, du wirst mich sowas noch sterben lassen. Ah, dankeschön. Ja, so langsam. Nein. Ey, das sind Staubsauger fliegende. Oh, fliegende Staubsauger? Das gibt's schon. Leben wir schon in der Zukunft? Ja, fliegende Staubsauger, Alter. Ja, ich bin der Staubsauger. Ja, hier hoch. Ach, Mann, ey. Ich kann das hier alles nicht mehr machen. Er macht mich jetzt... Hey, Lotti. Nochmal auch nochmal. Vielen Dank, Lotti. Oh mein Gott, da war einfach kein Sound gerade. Vielen Dank, Lotti. Alle nochmal ein Herz in Chat für unsere Lotti. Was muss ich hier machen jetzt? Mach'n Schalter, Dom. Ich will... Mach'n Schalter, Sebi. Ja, wie? Wo muss ich denn hin? Ja, da, wo der Wind aufgefangen wird. Links. Bei dir. Ja, da in die... In die... In die Ding rein. Ja, genau. Geht's noch schneller? Ja, come on. Mach'n noch schneller. Du musst da rein, Dom. Kann ich nicht. Doch, jetzt. Okay, du bist unten, ich bin oben. Du hast mich gedötet, Alter. Oh, sorry. Ja, dann mach'n du nochmal. Ich glaub', wir müssen hier hoch. Muss ich auf'n Schlauch sitzen? Einer? Du musst jetzt mich hier hoch machen. Oh, das ist der falscher Knopf. Hier hoch, Dom, ne? Ja, wart' doch! Wart' doch! Boah! Nee, jetzt. Noch'n nochmal, bitte? Boah! Wie kannst du daneben springen? Indem ich, äh, daneben springe. So, Sekunde. Ach, der Sau... Zieht der mich jetzt ein, hier? Ja, der zieht dich ein. Ach, der zieht mich ein, und dann? Ja, warte, jetzt ist der hoch. Okay, nice. Ah, okay, ich geh' auch hier mal rein. Oh mein Gott! Alter, wir werden hier herumgereicht. Ja, Domme, was ist los? Wo wir sind? Weiß ich nicht, ey, was ist hier Sache? Ich check's nicht, ich kapier's nicht. Ich... Er sitzt hier, ey! Alter, die Weifel! Zu sehr! Jetzt lass' das runter! Ich halt's hier ja nicht mehr aus, ey. Da reinbringen, Domme, spring rein! Nee, ich muss die Perlen saugen, und du musst die reinschießen. Okay, ich schieß die rein, die Perlen. Also, wie du da raufsitzt, wird das gar nicht sein. Wie wär's, wenn du triffst? Wie viele haben wir noch? Scheiße, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin! Guck mal, mein Typ, Mann, Domme! Wie der rumreißt am Schlag, Alter! Muss ich hier rüber jetzt, oder was? Ja, und die mich lassen wieder zurück. Ja, geil. Ja, komm halt jetzt! Wo bist du denn? Ja, hier, neben dir. Du musst mit mir schieben, hier. Ja, schieb. Ich schieb schon. Was ist das? Ist das im Staubsauger drin? Gewicht, oder was? Ja, ich werde Schiebi-Bert mach ich. So, jetzt geht sie hoch. Nein, jetzt sind oben, Domme. Wir haben's geschafft, Alter. Domme, wir haben's geschafft. Oh, oh, der Staubsauger! Oh, oh, der wahnsinnige Staubsauger, Domme. Oh, ich seh's. Zebi, konzentrierst du dich jetzt hier? Let's go! Konzentrier dich mal! Was müssen wir hier machen? Was ist hier los? Was muss ich machen? Was muss ich tun? Ich hab... Zebi, du musst dich aufm Rüssel setzen! Aufm Rüssel? Ich bin eingesaugt! Ja, jetzt ist schon zu spät, Zebi. Du musst dann oben... Alter, lass ich sie los, Mann! Naja, du musst einfach ausweichen und dann müssen wir einsaugen und ihn abschießen. Geh rauf jetzt! Ja, Zebi, ich hab ja grad ne Maschiges... Setz dich jetzt aufm Rüssel jetzt und schieß ihn ab! Ja. Ja, mach ich. Ich saug ein. Mach ich. Schieß ihn ab! Mach ich. Ich schieß ihm richtig ins Gesicht, Alter. In die Biotonne! Das ist eh so easy. Einfach hier ausweichen und dann passt das hier. Oh mein Gott, der macht Tornados, Alter! Ja, weichen doch aus! Das ist der Tornado, Mann! Wir müssen ihn zusammenschliessen, oder? Ja. Ja, und jetzt? Ihn selbst hier einsaugen! Ja, saug dich jetzt! Ja, nehm deine Augen! Ich saug sie dir aus! Oha, Digga! Festhalten! Halt dich fest! Halt dich fest! Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über den Daumen nach oben freuen! Abonniert mal alle den Kanal! Nettes Kommentar da lassen für den Algorithmus! Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal! Schreibt gerne Spiele, die wir weiterhin spielen sollen, in die Kommentare! Tschüss! Ciao! Raja! Ciao!